Du warst jetzt ein bisschen krank und konntest noch nicht so viel machen. Wie ist das Rennen dann heute für dich gelaufen? Ich bin eigentlich doch sehr zufrieden einfach, weil es eigentlich mein erstes Rennen ist dieses Jahr, außer der Weihkamp im Januar, der war ganz am Anfang und seitdem war ich eigentlich krank, über einen Monat insgesamt und von dem her bin ich eigentlich ganz zufrieden, weil mir ist unten eigentlich sehr gut gegangen am Ziehweg, da habe ich eigentlich auch noch geführt und dann war die Strecke doch glatter, wie man mir berichtet hat und ich habe doch sehr, sehr glatte Fälle gehabt und da habe ich dann nichts mehr umsetzen können, weil ich immer nach hinten gerutscht bin und dann bin ich nur in die Strecke gegangen, haben wir selber nur die Ski auszogen, da war es ein bisschen Pech, aber es war eine sehr starke Konkurrenz da und da kann man dann schon mal zufrieden sein, sage ich mal. Aber möglicherweise, wenn es mit den Fällen gepasst hätte, hätten sogar noch mehr drin gesessen? Ja, weil von der Kraft her habe ich es nicht ganz auskosten können, was ich gehabt habe, weil ich eben, sobald ich mehr Kraft eingesetzt habe, das Fell nach hinten weggerutschte ich einfach, weil es sehr glatt war. Ich meine, das war halt ein bisschen ein Pokerspiel, ich habe ein bisschen nach hinten losgegangen, oben ist dann wieder ein bisschen besser geworden mit der Spur und da habe ich dann wieder ein bisschen Anschluss halten können, habe dann wieder ein bisschen aufgeholt und dann habe ich die einen, zwei noch überholt, aber halt nach vorne war natürlich nichts mehr drin. Das ist der Alex und so einfach viel zu stark, ich meine, der ist ja einfach auch in der Weitspitze recht weit vorne und da braucht man sich nicht verstecken, wenn man gegen ihn spürt. Wie kräftezehrend war das Ganze heute? Was hat sich der DAV dann eine gute Strecke überlegt? Ja, doch, war sehr anstrengend, auch nochmal der Tunnel zum Schluss. Man sieht da ziemlich lang, bloß gerade aus und weiß eigentlich gar nicht, wann er genau aufhört und das haut dann schon nochmal ganz schön rein. Also man kann nicht hochkommen, sich auch mal erholen oder so, sondern es ist durchgehend Anstrengung. Wie liegst du dann derzeit im Training? Konntest du da schon in einem Betriebs absolvieren oder ist es auf unserer Krankheit auch nicht möglich gewesen für dich? Oder bürgerweise auch aufgrund der Schneeverhältnisse nicht möglich gewesen? Ja gut, Schneeverhältnisse, die hat jetzt jeder momentan schlecht aus, in Italien vielleicht, aber das wäre eigentlich nicht so das Problem gewesen, sage ich mal, weil man kann ja mit Berglaufen und so auch ziemlich viel machen, ist ja nicht ganz das Gleiche, aber man kann sich ein bisschen in Form halten. Bei mir war das Problem, dass ich wirklich so krank war, dass ich drei Wochen überhaupt gar nichts habe machen können, sogar länger und seit einer Woche trainiere ich wieder und für das bin ich ja nicht ganz zufrieden. Kannst du jetzt dann jetzt für dich weitergehen? Ja, ich muss jetzt schauen, dass ich das jetzt noch ganz wegkriege, weil es steckt nur ganz leicht drin, es ist nicht mehr eitrig, aber es ist halt immer noch ein bisschen drin. Und dann habe ich jetzt nächstes Wochenende noch mit dem Rennen und von Rennen zu Rennen hoffe ich einfach, dass ich durch das schneller werde, weil ich ja nur im Grundlagenbereich jetzt bis jetzt trainiert habe, nichts Schnelles, dass ich mich da wieder dran gewöhne und dass ich nachher zur Europameisterschaft Ende nächsten Monat, dass ich da dann meine Hochform habe, das war es mir dann am wichtigsten ist. Und dann ist auch erst wieder die nächste Einzelweltcup und dann habe ich nochmal einen und dann hatte ich Plätzellama noch zum Schluss, Ende April, sodass man schon etwas machen kann. Und am nächsten Wochenende, wo willst du da starten? Bei der Hochgrad-Ski-Rallye? Hochgrad, ja genau. Alles klar, das ist dann auch wahrscheinlich ein Aufstiegsrennen, weil da der Schnee weiter oben anfängt. Ja, wie ich habe gerade gesprochen, es hat halt den Vorteil im Allgäu, sage ich mal, weil es vom Untergrund her nicht zu steinig ist, wie jetzt hier im Kahn. Und man viel, viel weniger Schneeauflage braucht, dass man auch eine Abfahrt durchführen kann. Man muss da auch wahrscheinlich mehr tragen wie normal, aber man kann auch durchaus abfahren. Nummer 99 kriege ich jetzt die Raskolation. Also ich hoffe, dass es geht.